Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik im Internet zu finden auf klemmbausteinyrik.de und auch abrufbar über 1000steine.de. Mein Name ist Kaulius und ich berichte hier ja bekannterweise inzwischen über berühmte und beliebte Sets von Lego, die sich insbesondere für Erwachsene und die sammeln es natürlich eben auch zum Sammeln dort dann eignen. Dazu gehört definitiv sicherlich die Herr der Ringe Serie, The Lord of the Rings und da sehen wir jetzt hier gerade wieder eins von den 2012er Sets, die hier aus der Packung schäle, nämlich die Minen von Moria. Das heißt, wir befinden uns hier noch in der Geschichte des ersten Films beziehungsweise des ersten Buches, das hier sich dann in immerhin vier Tüten über einem und unter einem ergießt. So, da sehen wir auch schon unten, da ist zum Beispiel ein Hühlentroll, der ist nicht zu übersehen und ansonsten viele beliebte und bekannte Lego-Steine. 776 Stück sind es an der Zahl. Knapp 80 Euro muss man dafür auf den Tisch legen und wenn man dann alles zusammengesteckt hat, dann sieht das Ganze so aus. Man sieht viele Kleinteile, auch viele kleine Waffen, die da schon rumliegen und viel, was man, glaube ich, auch aus der Geschichte von Moria beziehungsweise Herr der Ringe auch wiedererkennen dürfte. Da gehen wir gleich mal konkret drauf ein. Gucken wir uns erstmal die kleinen Minifigürchen an. Eine ganze Reihe sind nämlich dabei, zum Beispiel schon mal zwei Moria-Orcs. Einer hier, den haben wir schon mal schön mit entsprechendem etwas, ja, schon durchaus benutzten Messer in der Hand. Ein Schild hat er und er ist ein bisschen rot und die Ohren wirken so ein bisschen, als könnte auch ein Vulkanier sein. Hinten sieht er noch ein bisschen böse aus, aber marginal. Also die Unterschiede, da muss man schon sehr genau hingucken. Ich glaube, die Augen, ne, auch nicht. Ja, finden Sie den Unterschied. Ich glaube, da ist nicht, ne, der Mund ist ein bisschen weiter offen. So, setzen wir ihm wieder den Hut auf. Da haben wir wieder die, mit den Ohren kann man schön ihm auch langziehen. Dann haben wir noch einen zweiten davon. Der sieht genauso aus, außer, dass er eine andere Waffe in der Hand hat. Nämlich hier so ein mit entsprechenden scharfen Dingen bespitzten Spall, den er da, glaube ich, trägt. Und dazu dann eben auch die entsprechenden Ohren und auf der Rückseite und Vorderseite wieder. Ja, jetzt bin ich mir doch sicher, die Zähne sind ein wenig weiter auseinander. So, wieder hohen auf und da sieht man, kann man auch an den Ohren ziehen. Passiert nur nix. Macht aber nix. Gucken wir uns jetzt die gute Seite der Macht an, beziehungsweise von Herr der Ringe. Der Herr hier, der ein wenig, sagen wir mal so, ängstlich guckt, den kennt man sicherlich auch. Das ist nämlich Pippin. Und auch Pippin hat zwei Gesichter. Nämlich eins, wo er völlig verschreckt ist und das auch zu Recht. Er macht nämlich einen großen Fehler, den wir gleich nochmal darstellen können. Aber er hat auch noch einen Schal um. Kann ihm zumindest nicht kalt werden. Gerade um diese Jahreszeit sicherlich wichtig. Gucken wir ihm nochmal hinten unter den Rock. Nö, da war nicht viel drauf gemalt. Ein bisschen was sieht man noch davon. Dann haben wir hier noch Boromir mit, indem man höre und staune und man möge es bitte zu würdigen wissen, Boromirs Schwert in der Hand. Die Geschichte kennt man ja vielleicht. Also er ist hinten ein bisschen, da sieht man den Gürtel. Und ansonsten, er guckt natürlich wichtig und hat auch seine roten Haare und hat auch noch ein grimmigeres Gesicht. Nicht so ängstlich wie Pippin, sondern wirklich einer, der es ernst meint in der Schlacht. Und deswegen hat er ja auch hier diesen Teller in der Hand, sprich also ein Schild. Den nächsten, den kennen wir schon aus anderen Sets. Der ist zum Beispiel bei Helms Klamm ja auch schon dabei. Sieht genauso aus. Nämlich der Gimli. Unser Zwerg mit so einem schön geflochtenen Haar hinten. Und wir können mal gucken, wie sieht denn so ein Zwerg ohne das entsprechende Utensil, das ihn auszeichnet, nämlich seinen Bart aus. Nur da wehrt er sich ein bisschen. Man sieht es hier, er gibt eher sein Unterlehr frei, als dass es sein Bart frei gibt. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit Gewalt von hinten. Wir erkennen aber schon, obwohl es eigentlich hier wenig bringt, er hat auch zwei Gesichter, aber durch den Bart natürlich praktisch nicht zu erkennen. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir uns sehen, wie sieht so ein Zwerg ohne Bart aus. Da sehen wir es irgendwie wie eine normale Lego-Figur. Und auch nochmal ein bisschen grimmiger. Ja, aber wie gesagt, man sieht durch den Bart ja nichts davon. So, hier, das ist jetzt tatsächlich, ich habe ihn ja schon mal bei Helms Klamm angekündigt, da war es ein Fehler. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber das ist jetzt tatsächlich Legolas mit noch schöner geflochtenem Haar und ja, auch natürlich mit den zwei Gesichtern. Auch grimmig, nicht ängstlich. So soll es für einen Elb natürlich auch sein. Schön grün ist er und hat natürlich auch typisch für einen Elb dann auch einen sprechenden Bogen mit Pfeil. Und hier sehen wir nämlich jetzt, und das hatte ich ja bei Helms Klamm schon verwechselt, eben nicht doppelt, sondern das ist Haldir, den wir hier haben. Haldir sieht sehr ähnlich aus. Auch die Gesichter hinten tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, das werden wir gleich erkennen. Aber ansonsten, ja, da sehen wir es ein bisschen anders. Die Zähne geformt bei Haldir gegenüber Legolas rechts. Aber vorne, das Gesicht, auch da wieder finden sie wirklich den Unterschied. Ich finde, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Die Augenbrauen leicht anders. Okay, immerhin ein bisschen Unterschied. So, jetzt hier natürlich die größte Figur und dann natürlich auch das plumpeste, was man hier haben kann, nämlich den Höhlen-Troll mit entsprechender Kette, damit er zumindest ja seinen entsprechenden Gebietern, den Orks, dann nicht einfach so losläuft. Die Füße können wir nicht bewegen. Aber die Arme, hat man ja gerade eben schon gehört. Und wir können ihn, wenn wir möchten, natürlich an Weihnachtsbaum hängen. Dann baumelt er ebenso. Und er hat natürlich auch einen entsprechenden Hammer. Das kennt man ja auch aus dem Film. Und ein schönes, schickes Höschen, würde ich mal sagen. Ein bisschen eng, aber ja, immerhin er hat was an. Also züchtig, züchtig, unser Höhlen-Troll hier. Und nichtsdestotrotz ist er ziemlich grimmig. Und er kann sogar, wenn er möchte, eine normale Minifigur in die Hand nehmen. Hier sieht man, es passt schön in die entsprechende Faust hinein. Und da wird man mal sagen, Pippin dürfte völlig zu Recht jetzt hier ein wenig unglücklich entsprechend sein Gesicht dann auswählen. Ja, siehst du, kann man ein bisschen hoch und runter machen. Herz aller Liebst. Dann das hier, das kennt man definitiv natürlich auch aus dem Film, nämlich den Brunnen. Und der spielt dort ja eine besondere Rolle in Zusammenarbeit ja mit Pippin. Und das kann man, wenn man möchte, hier nachstellen. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, diesen Brunnen ein wenig mechanisch zu bedienen, zu öffnen. Da haben wir einmal ein Skelett. Und dazu gehöre ich noch einen Eimer mit Kette. Und wer sich an die Geschichte erinnert, der weiß ja, erst das Skelett rutscht ja aus Versehen rein und dann geht auch noch der Eimer mit. Und danach fängt es an zu klopfen. Sprich also, das Böse ist geweckt und kann dann nach oben sich ziehen. Hier kann man es nachstellen. Setzen wir den schön einmal drauf und ziehen weg. Zack. Und schon fällt da so halbwegs rein. Und dann irgendwie der Eimer eben dazu. Ja, hier kriegt er nochmal schön das Ding da ins Gesicht. Ist aber ein Skelett. Macht ja nichts. Ist ja schon tot. Der Kleine. Hier so nochmal das und so rum. Und zack. Passt irgendwie nicht. Aber man kann es eben nachstellen. Man muss sich eben was bei denken. Fantasie ist gefragt. Genauso wie hier ja bei Barlins Grab. Der hat ja bekannterweise dort als letzter mehr oder weniger noch in den Minen gekämpft gegen das Böse. Und unsere Freunde sind jetzt ja in seiner Kammer und gucken mal nach, wie es ihm so geht. Und entdecken natürlich auch er ein bisschen abgemagert. Da ist nicht mehr viel mehr da. Aber man kann immerhin mit einem kleinen Knopf da, beziehungsweise dieser Wippe, dieses dann ein wenig anheben. Wer ein wenig hier die entsprechende Sprache spricht, weiß vielleicht auch, was oben drauf steht. Ich weiß es nicht. So sehen sie nämlich aus. Hier unsere Abmagerungsopfer. Schön, ja, dürr und dünn. Und die kennt man ja auch schon aus anderen Sets. Da hat sich nicht viel geändert. Deswegen schnell weg damit und gucken wir uns weitere Dinge an, wie zum Beispiel diese Mauer mit Tor. Sehr massiv und barrikadiert mit einer Axt. Die hält glaube ich nicht lange, macht aber nichts. Von hinten sieht das Ganze auch sehr schön aus. Und insbesondere, wir sehen es ja gleich, aufgeklappt ist es auch eine Freude. Sogar an den Seiten ein bisschen was geschmückt. Diese Dinger sind alles Aufkleber. Da zeige ich nachher mal den Bogen. Da muss man ein bisschen was kleben. Jetzt nehmen wir mal die Sperre weg. Ja, und machen das Tor auf. Macht auf die Tür, das Tor macht weit. Und da ist sie auch schon die entsprechende Höhlen-Troll-Herrlichkeit. Machen wir wieder zu. So, so einfach geht das. Sieht aber gut aus. Und wir können sogar, wenn wir wollen, das Ganze zumindest in minimalster Form ein wenig derangieren. Sprich hier, also wenn wir draufdrücken, tatsächlich ein bisschen was kaputt machen. Das geht auch hier. Sehen wir uns auch gleich nochmal an. Nämlich, das ist das größte Teil hier. Die entsprechende Wand mit den Teilen, die dann also zu dieser Höhle mit dazugehören. Mit einer Schatzkiste, die wir rein und raus fahren können. Da sind dann auch noch ein paar Schätze natürlich da drauf. Eine Flasche, ein Buch. Alles, was so der Höhlen-Troll von heute in seiner Höhle auch erwartet. Ja, so wunderschön auch beklebt. Mit ein bisschen schief und krummen Hölzern, die da ran genagelt sind. Hinten allerdings, das kann man glaube ich vernachlässigen. Also das sollte, wenn man es irgendwo aufstellt, sicherlich diese Seite, die Wand dann darstellen. Da sieht man, wie man das Ding nach vorne fahren kann. Die entsprechenden Schätze. Und da sind sogar, man höre und staune, tatsächlich Schätze drin. Ja, moi. Hier sieht man es. Also da freut sich doch jeder Schätzesucher. Und unsere Freunde natürlich auch. So, wieder eingefahren, damit die dann auch was finden. Und hier, wenn man an diesen schwarzen Dingern drückt, dann kann man hier nämlich zum Beispiel auch diese Säulen entsprechend umkippen lassen. Und das werden wir uns gleich mal in Action angucken. Hier ist unser Höhlen-Troll. Er ist böse. Und wir wollen ihn besiegen. Und deswegen, zack, lassen wir einfach mal da so ein Teil runterfallen. Und weil es so schön war, machen wir es auf der anderen Seite auch noch mal. Zack. Ist eine Sollbruchstelle. Dann kann es also innerhalb weniger Sekunden einfach wieder draufsetzen. Und wenn man möchte, den ganzen Tag und Abend diese Säulen fallen lassen. Und das gilt eben auch für das Tor. Auch da hatte ich ja schon gezeigt. Kann man, wenn man draufdrückt, ein bisschen was kaputt machen. Das machen wir jetzt nämlich hier. Da drücken wir. Das Ganze sitzt fest. Und, und, ja. Und, boah. Boah. Das ist Special Effects. Auf der anderen Seite ist nichts. Also ich glaube, Peter Jackson, der würde sich noch mal überlegen, ob er nicht das vielleicht lieber in den Film einbaut, als das, was er dort gemacht hat. So, jetzt fahren wir uns noch mal ein bisschen hier durch das Ensemble. Man sieht schon, wirklich hübsch geworden. Alles schick. Und richtig viele Minifiguren dabei. Und man kann, wenn man möchte, viele Sachen wiedererkennen, die man insbesondere natürlich als Kinozuschauer da auch schon gesehen hat. Auch dieses Buch zum Beispiel. Das spielt ja auch eine gewisse Rolle. Da lesen wir nach, was so in den letzten Stunden passiert ist. Und, und, und. Also richtig, richtig klasse. Und dazu gehören auch die entsprechenden Bücher, die Anleitungsbücher. Da kann man, wenn man möchte, auch sich das teilen mit dem Bauen. Nämlich in dem ersten Buch sieht man, was man mit dem ersten Tütchen oben machen kann, mit dem zweiten. Und beim entsprechenden zweiten Büchlein, da ist es ein ganz anderer Teil. Das heißt, wenn man möchte, kann man daraus praktisch zwei Sets machen. Seltsam. Aber so ist es eben mal bei Lego. Vielleicht hatte man sich ja mal überlegt, zwei Sets draus zu machen. Hat beides zusammengefügt. Ich weiß es nicht. Hier sieht man ein paar Figuren, die man sammeln kann. Und hier sieht man so, da ist es vor allem dieser Großteil der Burg, der dann mit der zweiten Anleitung und mit den Tütchen drei und vier zusammengebaut wird. Und da sieht man dann auch, wie es denn dann so Stück für Stück sich zusammensetzt. Mit vielen klassischen Steinen, aber auch eins rein, die ich so in dieser Form meistens noch nie gesehen habe. Nämlich so einen etwas dünneren, längeren, mit nur vorn und hinten Noppen. Das, ja, aber wahrscheinlich gab es das auch schon. Ich kannte es nur noch nicht. Und jetzt sehen wir uns nochmal diesen Bogen an, der jetzt natürlich leer ist. Das sind alles die Aufkleber, die auf die entsprechenden Teile gesetzt werden können und müssen. Einige davon haben eine Nummer, sieht man, damit man dann auch weiß, welches Teil an welche Stelle kommt. Also hier für 80 Euro, im Angebot teilweise auch schon unter 70, kriegt man eine ganze Menge, eine ganze Menge Kleinkram auch. Diese ganzen Waffen, die da rumliegen, gehören auch so. Das gehört sich, dass man die dann da verteilt. Also im Schrank macht es sich gut und deswegen von meiner Seite auch wieder eine Empfehlung. Ein schönes Herr-der-Ringe-Set. Natürlich eben wie diese Lizenzsachen leider immer etwas teurer. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017